Hallo, wir suchen heute Leute, die Glück haben. Und zwar haben wir hier 40 Bälle drin. Wenn man da eine Schnapzzahl zieht, kann man bei uns was gewinnen. Du darfst, okay. Wenn sie eine Schnapzzahl ziehen und Glück haben, dann darf man noch aus zwei weiteren Boxen ziehen. Die 33. Ihr habt lauter Schnapzzahlen drin. Da sind nicht lauter Schnapzzahlen, nein, nein, da sind 1 bis 40. Ich bin Marc, wie heißen Sie? Silvia. Silvia, freut mich. Claudia. Claudia, schön. Wir haben jetzt noch zwei weitere Boxen. Das Haus ist ziemlich teuer. Sie zahlt eigentlich das meiste. Sie ist selbstständig, arbeitet als Tagesmutter. Ja, sie zahlt halt einfach das meiste und muss halt auch ihre Krankenkasse halt auch selber bezahlen. Sie tut halt wirklich so viel für uns. Sie selber ist halt auch gesundheitlich, ziemlich angeschlagen. Sie hat Diabetes. Wir gehen auch ziemlich viel beim Netto einkaufen, dass man einfach ihren Einkaufsgutschein ihr einfach gibt. In einer Box sind verschiedene Läden drin, in denen man einkaufen gehen könnte. Und in der anderen Box sind dann Geldbeträge drin, für wie viel man einkaufen gehen könnte. Und je nachdem, was da gezogen wird, können wir dann gemeinsam einkaufen gehen. So. Ich nehme mal einen roten. Da haben wir ja bis jetzt Glück gebracht. Genau. Der Netto. Der Netto. Gehst du ab und zu in Netto einkaufen? Ja. Und jetzt kommt eigentlich die größte Überraschung. Zwischen 20 und 500 Euro könnten wir, wenn du möchtest, da einkaufen gehen zusammen. Okay. Ich nehme jetzt keine rote. Obwohl die so viel Glück gebracht hat? Ja. Nein. Wuhu. Wahnsinn. Glückwunsch. Da bin ich sie einfach auf. Ja, danke schön. Bitte. Ich will die Situation mal noch ganz kurz aufklären. Hier sind wir jetzt aus einem ganz speziellen Grund. Liebe Sylvia, wir kennen uns seit fast neuneinhalb Jahren. Wir hatten Höhen und Tiefen. Auch in Schwernzeiten haben wir das Beste daraus gemacht. Dank dir durfte ich mit Leo zu euch einziehen in der Schwernzeit. Heute ist dein Tag, um dir erstmal Danke zu sagen. Was du Tag ein und Tag aus, wenn du alles machst, das ist einfach Bombe und einfach so schön. Deswegen bleib einfach so wie du bist. Du bist perfekt. Danke dir. Ja. Danke. Du bist echt eine tolle Frau. Ihr seid eine tolle Familie auch. Danke auch nochmal. Ich bin am überlegen, was ich überhaupt einkaufen soll. Stimmt, da ist wahrscheinlich gar keine Liste dabei oder so. Ja, darum bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ja. Danke. Ist auf jeden Fall der Vorratsschrank wieder voll. Genau. Dann war das echt toll, euch kennenzulernen. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Wie gesagt, muss ihr danken, dass sie sich gemeldet hat. Danke, dass du dich gemeldet hast. Tolle Sache. Also wirklich. Schön, das freut mich. Und ihr seid tolle Menschen. Also er hat die Richtigen getroffen. Danke. Tschüss. Macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch auch jederzeit bei uns melden, wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe oder Unterstützung braucht oder dem man einfach mal eine Freude machen kann. Ansonsten liked das Video, kommentiert. Das hilft uns alles, damit wir weiter wachsen können, anderen Leuten helfen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Das ist es, das ist es, das ist es, wir sehen uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020